So, heute gibt es mal fränkische Osterkultur. Wir schauen uns Osterbrunnen an. Von Dörfern im Bereich Mittelfranken nach genauer Bereich Neustadt-Eisch und Umgebung. Fische, Fische und Schnecken. Eier. Ich weiß nicht, ob ihr Lust habt, mit dem Hintern weiter zu kommen. Jetzt haben wir welche. Reinhards oben. Nur einer. Ich find's da da, mit dem anderen Schlag. Schön. Guten Städten. So. 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 Was gehst du filmen? Das ist das Kind. Siehst du, so die Ähnliches ist auch schon hier. Was? So. 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 ja 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 Es wird zum nächsten Mal gemütlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Schau hier, Leute. Hier einführt man sich nicht ein. In welche Richtung gehen wir jetzt? Früher war da mal ein Riesen-Problem. So sieht in der Nessenbach ein Riesen-Problem aus. So sieht in der Nessenbach ein Riesen-Problem aus. So sieht in der Nessenbach ein Riesen-Problem aus. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Untertitelung des ZDF, 2020